Nahrung fehlt noch ein bisschen. Wir haben auch bald das Linie zusammen, um gleich alle 10 auszubilden, theoretisch. Bereit! Folgt mir! Bin unterwegs! So, dann wollen wir mal auf 50 hochgehen und Druidinnen. So, dann wollen wir mal auf 100 hochgehen. So, dann wollen wir mal auf 100 hochgehen. Dann gehen wir mal rum. Untertitelung. BR 2018 Zumindest ist das hier eine ausgewogene Aria-Quelle, nicht so wie die anderen, wo es einen Typel gibt, der überläuft und alle anderen sind fast leer. Also wie wir zum Beispiel bei den brennenden Felsen hatten. Und ich merke gerade, hier sind nur hauptsächlich Mumienwächter, nur eine ist eine verpestete Mumie. Hier oben sind es fast nur verpestete Mumien, deswegen hat er so viel Autschi gemacht. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. So, quälen wir mal die Wanderin ab. So, quälen wir mal die Le Erwarte Befehle! So, gleich kommt die letzte Druidin. Und dann speichern wir am besten nochmal erstmal. Mein kleiner Irrfit ist in Sicherheit. Mein Burgen für die Rune. So. Was? Wir haben überschrieben. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Ja, weiter kann ich euch nicht folgen. Ab hier seid ihr auf euch allein gestellt. Jawohl. Alles klar. Gut, das heißt, wir machen das Lager platt und ziehen uns zu ihm zurück. In der Hoffnung, dass er uns halt, sobald wir in seine Nähe kommen. Was? Ich gehe. Alles klar. Befehl verstanden. Geht weg. Ihr habt gerufen, sie haben es auf uns abgesehen. Der Greif wartet schon. Der Greif wartet schon. Mein Greif wurde verletzt. Geht weg. Fort, fort mit euch. Ich... Ihr habt gerufen. Was? Was? Okay. Ich gehe. Jawohl. Befehl verstanden. Augen offen halten. Ja. Vorwärts. Okay, der erste Turm ist einsatzbereit. Augen offen halten. Eingerissen. Ich gehe. Gebt das Zeichen. Bin unterwegs. Wohin soll ich gehen? Schnell wie ein Pfeil. Seid auf der Hut. Seid auf der Hut. Was soll ich tun? Vorwärts, Schwestern. Vorwärts, Schwestern. Vorwärts. So. Mir nach. In die Schlacht. Auf mein Kommando. Befehl verstanden. Auf mein Kommando. Wehrt euch, Schwestern. Feinde. Feinde. Zu den Bögen. Überme. 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 Es war übermerksam. Überme. Auf mein Kommando. Vorwärts. Folgt mir. So, jetzt nehmen sie irgendwie dicke Schaden. Bereit für den Kampf. Erwarte euer Kommando. Der Schaden wird irgendwie immer schlimmer. Befehlt. Mein Bogen für die Rune. Erwarte euer Kommando. Ich höre. Gebt das Zeichen. Wir sind bereit. Bis jetzt ist noch niemand Wichtiges gestorben. Bereit für den Kampf. Was soll ich tun? Okay, eine Druidin. Damit können wir leben. Gebt das Zeichen. Zwei Paladine. Und noch eine Druidin. Ja. Befehlt. Der Greif wartet schon. Einsatz bereit. Und hier geht's gut, oder? Ja. Gebt das Zeichen. Ja. Folgt mir. Und hier geht's gut, oder? Flupp. Und flupp. Erwarte euer Kommando. Einsatz bereit. Befehlt. So, erst mal gucken, was ist dort oben. Und ich hoffe mal, dass das das... Erwarte Befehle. Pestzeug erst mal war. Mach mal. Mach mal. Okay, hier oben sind verdorbene Heine, aber nichts drin. Befehl verstanden. Befehl verstanden. Ja 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 Ja! Vorwärts! Schnell! Hätten hier oben die Insekten spawnen sollen eigentlich dann. Also ja, so wie es aussieht wird gerade wieder geerntet. Auf meinem Befehl. Schnell! Vorwärts! So, das heißt, wir können gucken, was in dieser Richtung jetzt ist. Weil hier durchs Wasser können wir, soweit ich weiß, nicht. Wir müssen außen rum erstmal. Schnell! Mir nach! Marschbefehl! Hm, noch mehr Schützinnen könnte ich dann auf jeden Fall gebrauchen. Ist die Frage, was noch? Paladine. Also fünf Schützen, fünf Paladine. Und dann mache ich zehn Schützen. Ich mache zehn Schützen, glaube ich. Ist die Frage, mache ich Wanderinnen oder noch mehr Windschützen? Ich glaube, ein paar Wanderinnen könnten nicht schaden. Äh, großes Haupthaus hier unten. Hm. Und dann